Die letzte Date-Woche steht an, nach einer unheimlich langen und intensiven Zeit. Nicht nur darüber nachdenken, aber ich gehe in der Haut. Was ich hier erlebt habe, wie ich mich aber auch menschlich weiterentwickelt habe. Ich meine, ich habe in meinem ganzen Leben noch nie so viel über Gefühle gesprochen. Echt krass. Ich merke, dass ich mich verliebt habe. Ich bin auf einem sehr guten Weg, dich straight in mein Herz hineinzuarbeiten. Unheimlich bannende, schöne und aufregende Erfahrung. In uns stecken so zwei frisch verliebte 15-Jährige. Ich will nicht, dass es jetzt aufhört. Ich habe niemals gedacht, dass ich starke Gefühle auch am Ende für zwei Frauen aufbaue. Ich bin überfordert. Total überfordert mit der Situation gerade und gefühlstechnisch explodiert es gerade bei mir. Oh Gott. Ich glaube schon, dass es ein Beginn ist für unsere Beziehung. Ich wünsche mir, dass er eine gute Entscheidung trifft. Lass mir dir sagen, dass ich mich echt krass in dich verliebt habe. Und ich bin nur auf worries, wenn ich mich nicht für eine gute Freunde abhöre gedrönt habe. Ich bin nur auf, wo sonst irgendetwas, wenn ich mich sch instantly riffreff. Und ich bin nur auf hago. Ich bin nur auf, wo denn es sei. Vielen Dank.